Dieser Ständer ist nicht so hochfertig wie erwartet. Das Teil wird hier nur reingesteckt, wird nicht fixiert. Wenn man es nicht umdreht, fällt es nicht ab. Soweit ganz gut. Das hier unten ist billiges Plastik. Leider ist schon eine Zacke abgebrochen hier. Das ist nicht sehr stabil, also es ist bewegliches Plastik. Es ist einfach nur übermalt mit Silber. Also es ist nichts Festes. Es ist dünnes Plastik und unten ist die Drehscheibe und diese Punkte kommen noch mit dazu. Die klebt man da noch drauf, so dass es eben auf dieser Drehscheibe davor sich hin wackelt. Ja, wenn man Glück hat, also bei uns kam es wie gesagt schon kaputt an. Also dieses dünne Plastik hier ist schnell abgebrochen. Ansonsten ist es ganz niedlich, aber es wird einfach, weil es ist einfach nur so geschichtet. Und hier sieht man auch schon die ersten Kratzer. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da geht schon die Farbe ab. Kann man gar nicht so richtig sehen. Mir gerne zeigen würde. Ne, kann man nicht so sehen. Man sieht das nur irgendwie von oben. Ach so sieht man es. Genau, von oben drauf sieht man es. Und ja, ist einfach da so überlackiert und etwas unsauber. Von daher, man hat nicht lange was davon. Also wenn man pfleglich mit umgeht, dann mag sein, dass es nicht abbricht. Aber wie gesagt, es kam bei uns schon kaputt an. Und es hat kleine Löcher dort drinnen. Aber man kann die Ohrringe einfach da so drüber hängen, wie man das eben möchte. Ansonsten würden die Plätze dann auch nicht ausreichen. Ja, an sich ganz niedlich, aber das ist das Plastik.